Wer bist du? Was ist das für ein Ort? Was ist deine Aufgabe? Was kann ich hier tun? Zeig mir deine Waren. Ja, genau so war das. So geil. Und dann auch mit diesem Blick da drauf. Das coole ist ja, der Typ, wie heißt der nochmal, der den Hauptcharakter in diesem Video spielt von Gothic. Wie heißt der nochmal bei GameStar? War das hier Christian Dingsbums? Ja, ich glaube der heißt Christian. Ist das Schmidt? Nee, Schmidt nicht. Der war übrigens beim Bund irgendwie Offizier. Ach hier, Fabian Siegesmund. Ja, genau. Fabian Siegesmund. Stimmt, Fabian. Ja, der war drei Jahre beim Bund. Wenn er Offizierslaufbahn gemacht hat, dann war er 15 Jahre beim Bund. Was haben wir denn da hinten? Wintergebiet? Schaut auf jeden Fall ganz anders aus. Das sieht aus wie ein Wintergebiet. Würde ich jetzt nochmal so haben. Oh, cool. Komm ins nächste Gebiet jetzt. Nächste Biom. Ich will einen Pinguin. Ich will einen Krokodil. Ich muss ein Soft-Eis finden, dann kann ich einen Pinguin haben. Ein Soft-Eis. Ein Soft-Eis. Ja, für einen Pinguin. Klasse. Äh, er gibt Sinn, oder? Ich mein, für einen Colli brauchst du einen Kaugummi. Nein. Oh, das ist aber echt dunkel, ne? Jo, das ist ja, das ist ein Asium, glaube ich. Oh, was war das? Da war irgendwas. Da war irgendwas, da war irgendwas. Oh, nein! Skull Bull. Oh, Skull Bull. Und noch so eine Dings-Creature. Warte mal, lass die mal kämpfen. Die kämpfen gegen Lande, oder? Ah, ne, die sind auf der Schatten. Ne, die sind Spider-Haufen. Wir starfen. Boah, wo ist denn der jetzt hingeraged? Boah, der nächste kann schlafen gehen, genau. Oh, der war mein. Ich muss wieder schlafen gehen. Ich schlafe gerade für immer. Oh Gott. Oh mein Gott, es ist zu dunkel. Viel zu dunkel hier. Alles viel zu dunkel. Bloß wir zergen den Skull-Bowl. Nein, daneben. Gleich wieder da. Nicht da. Moment noch. Was ist denn du? Boah, was. Sidian, Attack! Tackle-Attacke. Ich gehe schlafen. Oh nein, der Bulle möchte nicht, dass ich schlafe. Ich bin tot. Oh Mann, ich komme wieder. Die sind echt hart, ne? Diese verdammten Bullen. Ja. Oh. Komm, wie freut es sich denn mit der lokalen Fauna an. Genau. Machen wir den überhaupt gut schaden? Ja, es geht. Aber jemand könnte die Agro nehmen, das wäre voll nett. Ach, danke schön. Schnell schlafen gehen. Und schon wieder verloren. An diesem... An diesem Ranger. Wir sehen ihn nicht mehr. Und wenn er diese Anrammern macht, dann kann man ihn ganz gut, ähm, ja, töten. Nein, Sidian. Sidian ist gestorben. Ah. Oh, 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 oh. Maulmann. Herzlich willkommen, Maulmann. Schöner Nick. Ja. Oh. Angriff, Sidian. Tackle-Attacke. Bum, 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 bum. Oh, die haben nur noch 8 HP. Wir müssen was essen. Da bin ich immer in Richtung... Oh, der war gut gedodged. Oh, er ist stund. Ja, er wird schwach langsam, deswegen kann man ihn jetzt dann. Ach, du bist wieder tot. Man stirbt hier sehr schnell. Ja, tut mir leid. Nein, 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 das hat nichts mit dir zu tun. Ich meine, der macht so viel mehr Schaden, als du gegenheilen kannst, sag ich mal. Aber bleib auf jeden Fall dran. Ja, es ist mit dem Rennen echt schwer, dann euch zu erwischen immer. Die müssen so eine Art wie Target-Dinge wie so einfallen. Nein, 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 greif in eine Wand und trytet, sonst wird er, sonst regeneriert er wieder. Gleich da. Mal ausweichen. Ja, es bringt nichts viel, weil ich damit meinen eigenen Angriffen nicht mehr treffe, dadurch kein Mana habe und das nicht mehr blocken kann. Oh, er ist gleich tot. Jetzt nicht sterben, sonst kriegt ihr keine Experience. Ich versuch's. Oh danke du hast den Heal noch durchgekriegt. Er ist tot. 13 Erfahrung. Das war ein bisschen wenig ne? Spike Creature wollt ihr auch dazwischen mal fummeln. So, ich gehe erstmal schlafen. Jo, wir müssen uns erstmal schlafen. Hinlegen. Komm, ich kann mich nicht hinlegen. Man muss ganz still stehen manchmal. Jetzt. Schlafen. Sieh denn, steht... Das war ja dreist. Das war richtig dreist. Ich versuche in mein gemachtes Bettchen reinzugehen und die Silvia schmeißt sich da einfach hin. War schon fokken jetzt, deswegen ist es vorgewärmt. Genau. Bist fertig, ja? Darf ich jetzt hier in deinem Mief schlafen? Oh nein, wir haben zwei Schilde. Ach komm, wirklich zwei Schilde? Es geht? Ja, es geht. Einer wird zwar ein bisschen komisch gehalten, aber... Den einhellst du wie so ein... Ah, genau. Wie, wie, ähm... Energieschwer von Halo. Sieht das aus. Aber die Stadt hier wird hier noch nicht angezeigt. Wir müssen die erst finden, ne? Doch, die wird angezeigt. Die ist rechts und nord-ost. Die wird angezeigt. Die ist nord-ost. Naja, nord-nord-ost. Also in die Richtung. Okay, kann einer... Ja gut, dann laufen wir mal hinterher. Dann gehen wir mal Richtung Stadt, dass wir immer wieder Tag machen, oder? Weil das dauert so was. Ja, wenn nicht in sechs Stunden... Ja, es ist 0 Uhr sechs Stunden. Vielleicht kriegen wir aber gescheite Lampen dort. Stimmt. Genau. Genau, da können wir uns erst mal ein bisschen unsere Ausrüstung... ...bauen, und so. Gut, wir haben nochmals. Fast zwei Silbern, ja eh. Echt zu viel? Ich hab gar nicht schaut. Der Nico ist halt ganz schnell, ne? Ich hab auch 90 Kupfer nur. Der Nico, der ist viel zu schnell. Nur soviel hab ich es nicht aufbauen. Ah, okay. Ich glaube, der Nico hat sich ein Autohot-Key auf E gesetzt. Wir sind in der Winterbiome, okay. Ja. Das heißt, die Ice Flower erst aufwärmen und dann zu Heil trinken. Genau. Zum Beispiel. Irgendwie sowas. Der Biome sitzt minus 19 Grad. Stimmt. Oben die Temperatur, minus 19 Grad haben wir es hier. Boah, ich will hier gar nicht im Wasser schwimmen dann. Brrrr, Brrrrrr. Ich... ich was hier alles ab. Oh, guck mal, die Alpaca haben sogar lange Haare. Ja. Tatsache... Das ist ja, das ist ja cool. Ich habe grade 101 Schaden gemacht. Oh, ne' Gold Amulett. Und, äh, ne Karamell-Chocolate Bar. Äh, das ist für... Kamele, wahrscheinlich. Also da steht... Karamell-Chocolate-Barscht. Ich dachte Kamel habe ich gelesen. Nee, nee, Karamell, warte. Ich habe die Wiki am Hintergrund offen. Tempo 1,5, Crit 0,8. Ah, cool. So einen möchte ich. Ich möchte dann einer meinen Mowl. Ja, aber nicht so gut aus. Voll ugly, die Viecher. The Caz, herzlich willkommen. Carbon ist auch da. Moin. Schön kühl. Ah, das Spiel ist echt cool. Auf jeden Fall. Allein diese Details, dass hier in diesem kalten Biom, wenn die Alpakas hier rumlaufen, dass sie lange Haare haben. Und, also, sehr cool. Oh Gott, eine Wand. Ja, und? Klettern wir rüber? Ah Gott, da oben ist einer. Hilfe! Wo, wo, wo? Wo bist du? Ein Elf. Ich bin hochgeklettert. Ein Elf mit langen Haaren. Wann hat der mich ja schon geklettert? Jo, aber dann haut der mich. Jo, okay, wo geht es weiter? Ja, weiter in die Richtung. Okay. Am teuer lieben. Jo, jo. Gut, dann kommen wir hier in den Pinguin. Was brauch ich nochmal für einen Pinguin? Moin. Gut, nehm. Ice Cream war das. So, eee. Penguin. Soft Ice. Ja, okay, stimmt. Ah ja, Soft Ice heißt es ja. Ich habe ja jetzt schon den Sidian. Möchte einer diesen Desert Runner haben? Dafür müssen wir uns in der Wüste finden. Ja, dafür müssen wir uns in der Wüste finden, ja. Stimmt. Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Das ist, glaube ich, hier im Schneebio ein bisschen schwer. Einen Desert Runner zu finden. Oder hinten der Frosch fängt ein bisschen hinterher. Was ist das, Nico? Hast du noch was gelootet oder was? Ne, ich habe nur kurz was geguckt. Das stimmt, Zocki. Also echt sehr, sehr eigenen Grafik. Aber irgendwie ist das, wie vorhin einer sagte, es ist hübsch und schon irgendwie billig und hässlich zugleich. Aber sehr detailliert. Hässlich dann ja, dieser Voxel-Engine liegt das halt. Und so richtig Texturen sind hier auch nicht. Minecraft kann ja auch schön sein, ne? Alles nur einfarbig. Der Ried Textur kann es ja schön sein, aber irgendwie ist es trotzdem hässlich, weil es einfach nur alles Blöcke sind. Oh, was? Da hinten ist was ein leuchtender Pilz. Oh, hier Iron. Das ist hier für... Ja, natürlich für Nico alles. Blub, blub, blub. Da sind noch gleich auf den Boden gefangen. Ja, ich brauch die auch. Und du und Dings brauch die auch. Ja, wir teilen die uns dann später einfach. Ja, ja. Sagt der Ninja-Looter. Dann, oh, ich muss ganz schnell auf. Ne, gestern haben wir die Bosses aber auch alle geteilt. Ja, genauso das Holz brauch ich und halt, äh, Ranger. Jo, also teilen wir auch, ne? Wollen wir vielleicht einfach... Oh, oh, oh. Oh, danke. Dein Heel ist richtig gut gekommen. Oh, der Heelt sich. Das. Wollen wir vielleicht, wenn wir in der Stadt sind, ähm, dass ihr euch das Iron-Tide 50-50 und die, äh, Silvia und ich teilen uns dann das Holz 50-50. Gerne. Ja, ja, das ist auch so der Plan dann. Also, weil wir sind schon benachteiligt dadurch, dass wir halt keine Narkämpfer sind und nicht so schnell, schnelle E-Finger haben wie dein Nico zum Beispiel. Der müsste, dein E-Finger, dein, dein linker, dein linker Zeigefinger... Also, Nico, nicht so schlimm wie gestern die beiden Narkämpfer. Also, dein linker Zeigefinger, Nico, der muss doch schon richtig Muskeln haben. Wartet auf mich. Ich will grad was essen. Seht ihr an Deathcounter 6. Sehr gut. Erzählen sie jetzt sogar von deinem Maulwurf mit? Wieso? Funktioniert doch. Nein, okay, O'Neill. Haben wir es? Weiter, ne? Ja, ja. Alles klar. Ah, wir sind relativ nah. Oh, danke. Bitte. Das ist ja immer so weiß. Ihr müsst auch ein bisschen aufpassen. Das ist ja jetzt nicht die beste Klärung. Mashed Gaming TV, schönen guten Abend. Mensch, das haben wir vorhin begrüßen hier. Dass sie hier, wo an der Seite runterfällt und stirbt. Herzlich willkommen. Oh, jetzt ein Hänggleiter haben. Wir sind so schön hohe Berge. Oh, da unten gibt's nochmal irgendwo eine Höhle. Gleich ist wieder Tag. Wir machen gleich wieder Tag hier. Was habt ihr davon? Weil ihr im Stream nichts seht, wir sehen auch so viel. Genau, wir sehen genauso viel wie ihr. Nämlich nichts. Also Crossbow gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Es schießt nicht ganz so schnell wie den Bogen, aber hat diesen Superschuss. Darf ich mir das Emerald krallen, weil ich das für meine Handschuhe dann herbräuchte? Oh, geil, die muss er da. Wo ist denn der Bett hier? Aber hier ist aber schön viel Eisen, darf ich sehen. Sind die Emeralds? Ich sehe die gar nicht. Destiny, die sind irgendwie in der Wand hier. Oh, wie schön. Die sind in der Wand gebackt, ne? Ja. In die Wand gebackt. Vielleicht, wenn wir hier so ein bisschen rumschlagen, vielleicht treffen wir was irgendwo. Watt, watt, was macht ihr denn da? Hier ist so ein Emeraldblock irgendwie. Genau, diese grüne Licht kommt in den Emerald-Blocks. Ja, dann brauchen wir eine Bombe, um heranzukommen. Okay, stimmt. Manche Blöcke kann man ja zerstören, aber ich habe keine Bombe. Nee, leider auch noch nicht. Okay, das soll ich das. Das ist da lang. Bisschen merken, wo das ist und dann in der Stadt gleich Bomben kaufen. Die Crossbow nicht spammen. Ich glaube nicht. Also, wenn ich linke Maus das gedrückt halte, ich glaube, dann nimmt er maximale Attack-Ding und dann ist das es so. Standard. Aber wenn ich jetzt jemanden treffe... Ich kann es auch nicht mehr spammen. Also, ja, eine Rechte-Taste. Ich glaube nicht, dass es so viel bringt. Ja, das macht weniger Damage, aber du kriegst höhere Stun-Chanse. Okay. Aber auch nur, wenn dein Mana halt voll ist, sonst bringt das gar nichts. Bam. Sehr gut, Keoneal. Keoneal wird langsam hier unser... Ich habe fehlendes ein bisschen was fehlendes. ...Lightboard-Kuchen. Was ist das vor mir? Oh, Bunnies. Verdammte Bunnies! Hey, Bunny! Du musst aber weiß sein. Das schönen Kuschel-Wuschel. Stimmt. Oh, daneben geschaffen. Okay, ich werde mal... Okay, die Simba, glaube ich. Der macht doch schon ganz gut Schaden, selbst wenn ich diesen Schuss spamme. Ja, ja, das mache ich. Ambrust-MG, genau, ist okay. Du machst doch allgemein ein bisschen weniger Schaden, aber du machst das halt schnell hintereinander, ne? Ja gut, aber in meiner Linke-Taste baut dann natürlich auch MP auf, ne? Und, äh, wird ja auch schneller, wenn ich treffe. Das ist ja so der Passiv-Effekt von einem Ranger. Snowberry-Busch. Oh, da kann man diesen komischen Putter mitmachen. Hehe. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon machen können. Das können wir erst vier oder fünf machen. Ja, wenn nicht mal du es kriegst. Hehe, sagte sie. Während unten links Muriel Received und Muriel Received steht direkt. Kaputt gehauen. Blub, blub. Ich glaube, wir gehen mal lieber um diesen großen Berg herum, oder? Also ein bisschen an der Flanke. Wie, die Seite soll ich schlau, ne? Auf den Stieg klettern. Ja, man meinte ja vorhin, Muriel ist nicht so der beste Kletterer. Ja, Cy ist nicht die beste Klettererin. Sascha. Was ist jetzt ein paar Kletterer. Vielen Dank.